Hier geht's mit Elie Gella Elie Gella Elie Gella, du bist der Beste, Mann Ich liebe dich Herzlichen Glückwunsch, Elie Ich bin ein großer Fan und ich sehe dein Video auf YouTube Herzlich willkommen zu einer neuen Rage Compilation Ihr werdet gleich Highlights der Ausrester sehen, die in den letzten Wochen passiert sind in den Streams Lasst ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen Jetzt viel Spaß mit dem Video Aber Freunde, bevor es mit dem Video losgeht, noch mal eine kurze Information für euch Für die Leute, die es nicht wussten, ESN ist mein fester Partner Meiner Meinung nach und ich schwör's euch, es ist wirklich so, dass die auf jeden Fall einen super, super Job machen Die Stellen in Deutschland her, Freunde Also die Produktion ist in Deutschland Mein Lieblingsgeschmack da ist Cinnamon Serial Ich mach das jetzt mit Milch, einfach nur wegen dem Geschmack Also rein vom Geschmack her sage ich Cinnamon Serial Ich hab noch nie in meinem Leben einen leckeren Protein-Shake getrunken Das schmeckt wirklich so, als wenn du in einem Kaffee dir so ein, keine Ahnung, sowas wie Oreo-Shake halt nur ein Cinnamon Serial bestellst Es gibt auch ein paar neue Geschmackssorten, die jetzt, also alte, die jetzt aber wieder neu im Shop sind, wieder zur Verfügung Und zwar Haselnut Nougat, Bananamilk, Vanillamilk und Stracciatella Könnt ihr gerne abchecken, Freunde Mit meinem Code EDI spart ihr auch immer den maximalen Code Also habt ihr den maximalen Rabatt Link dazu ist in der Videobeschreibung, Freunde Checkt das auf jeden Fall ab Ich trinke das Ding jetzt hier Perfekt, wenn ich es zubekommen würde ESN, ich würde auch gerne einen eigenen Shaker übrigens haben, ne? Wie sieht's aus? So, dann habt ihr den Lachs Es schmeckt wie ein Cinnamon Serial Shake, den ihr euch im Kaffee bestellt Ich schwör's euch, das ist genau so Checkt das auf jeden Fall aus Mit Milch einfach nur mal geschmackstechnisch Bin ich gespannt, was ihr sagt Und ja, viel Spaß mit dem Video Nein, 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 nein Man, Digga, es ist aber auch, also Weißt du, was richtig Scheiße wäre? Warum denn auf mich, Eli? Ey, wenn du auf mich schießt, dann sag ich dir ganz offen ehrlich, dann hast du einen Fluch und der heißt Sommer. Nimm diese Waffe zur Seite. Guck mal gerade aus. Guck mal gerade aus, mein Wester. Hallo, ich bin auf 6. Eli, was hängst du von mir? Ey, Eli, wenn du das machst, meine ich das ganz ehrlich, check ich den Geschenk mit meiner Scheiße drin. Eli, hör auf. Hör auf. Hör auf. Ja. Nimm mich, Deni. Ja, Deni. Nimm mich, Deni. Ja, Deni. Nimm mich, Deni, Mann. Auf Deni, auf Deni. Bis wirklich auf Deni machen. Bis Eli, auf Deni. Warum denn? Warum denn? Warum halten? Na, dann macht ihr doch, dann haltet ihr ihn doch low, warum soll ich meine Sachen dafür einsetzen? Ich habe keine Items dafür. Solltest du mal deine Minispiele ernst nehmen? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mach, Micky, du kannst. Noch einmal. Digga, wie soll man? Kann nicht mehr, Digga, dieses Spiel ist so shit, Digga. Du bist gut dabei. Trickspiel, Digga. Was f*** ich hab, Digga? Digga, man kann nicht gar nicht. Ich will nicht, Digga, ich will nicht, ich kann nicht. Micky, du bist auf der Eins. Ich habe Lasern, Micky. Ich mache dich weg. Ich schwöre auf alles, ich mache dich weg. Okay, okay, okay. Real Talk, ich mache dich weg. Ich schwöre auf meine Mutter. Ich werde dich weglasern, wenn du das machst. Es ist mir egal, ob es dumm ist. Ich werde dich wegmachen. Ich werde dich wegmachen, genauso wie Trimax dich weggemacht hat. Genauso werde ich dich wegmachen. Genau, genau so werde ich dich wegmachen, Dinger. Heute Chat werde ich nicht letzter und heute rass ich auch nicht aus. Mal gucken, Andy. Ehrlich. Ich bin doch low. Du hast 47 Schlüssel, du Sch*****. Danny holt sich jetzt alle Münzen. Er holt sich alle Münzen. Wo, wo, wo holt er sich alle Münzen? Jetzt er hat 35, lass ihn ein. Da, rechts holt er sich. Mach doch mal deinen scheiß Rentenabridler auf. Guck's dir an, Digga. 51, 61 Münzen, Lade. 61 Münzen. Du schädont. Mann. 61, wo holt er sich die Münzen? Er hat auch die ganze Zeit in so ein Spiel drin gelassen. Wie, du Sch*****. Das habe ich schon fast. Und Danny, du bist der größte Sch***** von allen. Alles, was ich höre, ist ein gebrochener Mann gerade. Ja, ist ein gebrochener Mann. Das ist echt ein gebrochener Mann. Der ist zertrimmert. Dann geht doch jetzt wenigstens auf bisschen auf Sidney und im Münzen halten. Ich hab nix. Ja, weil ihr alles auf mich gemacht habt die ganze Zeit. Seit 17 Runden. Seit 17 Runden. Was steht da, Rappen? Eure Scheiß-Overtierungen, eure Scheiß-Overtierungen, eure Scheiß-Overtierungen, eure Scheiß-Laden, ihr geht auf jedes Spiel-Aubild. Die ganze Zeit, Digga. Ihr habt nichts mehr, weil ihr das alles bei mir verbraucht habt. Ja, scheiß drauf, Digga. So ein Knecht, Digga. Richtig und richtig. Digga, wie kann man denn so nerven? Ihr... Mein Gott, Digga. Als wenn die 500 Euro kriegen, wenn sie mich holen. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ihr Sch*** da oben, Mann. Ich bin tot, ne. Mann, Digga. Was für Schwänze. Wer war das? Rumatra, du Opfer. Du Scheiß-Opfer. Du kommst nicht mal auf deinen eigenen Event rein, du Dummkopf. Rumatra, der Kämpfer, kommt einfach nicht rein. Ist das ein Opfer, Digga. Wie kann man so krass nerven die ganze Zeit? F*** ihn. Digga, was ist das für ne Waffe? Was geht? Nein. Einer weak. Wer war denn das? Aufleben. Sag mal, wer das war. Miri und Hitgirl. Ich weiß, wer das ist. Hitgirl, Digga. Zwei Mädchen. Hitgirl, Digga. Einfach Hitgirl hat mich getötet, Digga. Einfach, sie heißt Hitgirl, Digga. Ich mach Hitgirl, Digga. Ich mach Hitgirl. Okay. Nach da unten? Soll ich machen, Digga? Egal, Top 7, ja, war schwer. Schallertskill, Digga. Schallertskill, Digga. Mit ner umgedrehten Cap, Digga. Der auf YouTube streamt. Mit seiner umgedrehten Cap und seine drei verschwitzten Haare, die vorne rausgucken, Digga. Ja. Ja. Nein. Ihr seid fixen, Digga. Wer ist denn Saft? Hey, Stan. Warum macht er sein Geschenk? Was lachst du da eigentlich mit deinem Schwarz ganz unten? Was denn? Was denn? Na und was? Du roter Trump unter ganz unten, Digga. Wenn du Eier hast, dann komm doch. Wenn du Eier hast, dann komm jetzt pendeln. Um 50 Gift-Subs. Komm doch. Scheiß Rentner, Digga. Hört er da irgendwie? Hört er nur gelöst, Digga. Los gelöst. Los gelöst. Los gelöst. Los gelöst. Los gelöst. Komm her, komm her. Komm her. Es ist der dumb. Komm her. Komm her. Komm her, komm her. Komm her. Ich war mit der D eier. Der DEier ist der D D 11 bist sehr dumm. Wenn du 50 Jahre alt bist. Digga. Du musst dir deine Mutter professionelle anschaffen ich weiss ganz genau was du hier vor hast! Er weiß ganz genau fan ih schon mit ihr damit anfangen dieser Basses. Der ist voll getrunken. Dieser kleine Schwanz. Was? Wer ist denn? Sascha? Ja! Und jetzt kriegt du eine Oberschiene, du Scheißspiel! Oh, für Amar oder was? Nee, für Sitter. Der Hase ist so dumm. Der ist so ein H***, so ein H***, so ein H***. So ein H***. Für was war ich da eigentlich, Bruder? Für was war ich da eigentlich, Bruder? Für deinen Zuschauer, Marcel. Du hast auch eine Stunde nicht mehr geredet, halt die Fresse, Alter. Ja, Alter, weil ich mich auch müde, wenn ich was zu sagen hab, du Schwanz. Weil dir wird weder geredet noch irgendwas. Das einzige, wo du redest, ist deinem Scheiß-Chatgeflüster-Podcast, den kein Schwanz juckt, Alter. Deswegen hat der Art meiner mehr Streams als seiner. Alles Gute. Ist dir auch gelogen, das weißt du, Alter. Das ist gar nicht gelogen, Bruder. Wir können gerne den Schwanz verteilen. Ja, ja, okay, gerne. Ja, ja, das brauchst du auch, den Schwanz. Deswegen fährst du auch, was du fährst, das weißt du auch ganz genau. Weil sonst nichts geht bei dir, Alter. Das macht doch kein Bruder. Shut the fuck up, du Bitch. Junge, ich hab diesen Scheiß-Laser. Ich kann ihn gleich sowieso f***en, Mann. Er hat noch einen Magnet, Digga, dann klaut er einen Laser. Man, auf der anderen Seite genau den Magnet machen. Was macht das denn für ein Unterschied? Leute, nicht streiten, nicht streiten. Schnauze, du w****st, da wo jetzt das Maul? Wo jetzt das Maul, da? Schnauze. Ihr seid alle dumm, Rohat bekommt die zweite Kiste. Ehrlich! Jetzt fährst du mal eine Pause, Digga, Mann. Das ist nicht gut. Was verstehst du denn daran? Ja, ich versteh's doch, Digga, aber man wird dir bestraft nochmal gut. Nein, hör auf! Du sattet! Hör auf, die Zeit! Am Ende bekommt ihr die ganze Stürze, die ganze Kiste und alles, die bringt alles. Kommen halt jetzt! Das war gestern schon die ganze Zeit so. So ne Weiße. Okay, okay, okay. Rohat, du bist wirklich ein richtiger Opfer, Digga, guck mal, wie du aussiehst, Junge! Du bist ein richtiger Opfer! Du bist ein richtiger Opfer, Digga, guck mal, wie du aussiehst du, Junge! Ich sag mal, Friede geht zu dir! Du häss dich, Digga, guck mal, wie scheiße du aussiehst! Ist der häss dich, Digga! Weg! Sch*****er! Willi, du weißt es, ne? Also guck mal, wer hinter dir steht, für Coins eventuell, ne? Also... Krone, sag mir aber was. Bisschen was auf mich bezogen ist. F***** deine Mutter. Ich glaub, der Sinn ist nicht, hier Pummel-Party zu spielen, Chat. Krone, das ist sehr gut. Rohat hat noch einen Teleport und könnte... Als Maul! Ja, ich sag's ja noch. Teleportier dich. Nimmst du danach den Laser und f*** den? Ja, natürlich. Aber er ist ja erst mal dran. Wannabila! Also wenn's angemessen ist, ne? Nicht angemessen! Wannabila! Nein, lass das! Nein, 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 nein! So nicht! So nicht! Warum nimmst du denn dieses Geschenk? Macht doch am meisten Sinn, Digga. Wenn's kommt, kommt. Wenn nicht, dann nicht. Ja, wir sind hier aber nicht im Casino mit... Wenn kommt, dann kommt, dann nicht, dann nicht! Wir sind hier im Leben, Digga! Nicht alles geht hier mit! Ja, wir sind hier im Leben! Also, Nimm die Scheißkiste! Keine Fresse, Digga! Digga, das macht doch gar keinen Sinn, Bruder! Du hast geschenkt! Ja, nee, super, Mann! Super! Schrieß mit dir zusammen! Ich bin nur fair! Ja, super! Davon kannst du nix kaufen! Du bist ein Schwanz on Steam! Was ist das denn für ne Scheiße? Lass mich doch die Rakete nehmen! Bruder, vor'n Schwanz im Mund nehmen solltest du mir nichts erzählen, Alter! Du kleiner Hund, Digga! Du kennst beide in- und auswenden! Halt's Maul! Sieben ist zu unwahrscheinlich. Ne Siebe für dich nix! Jetzt, Digga, hab ich gesagt! Wir sind hier im Realtleben! Ich kann jetzt auch kein Teleport-Dings machen. Egal, dann machst du auf Monte! Du hast Waller gesagt! Irgendwas machst du, aber keinen Teleport! Ich kann ja nicht machen! Nein, ich walze dich auch einfach auf für nächste Runde, Digga! Digga, bist du dumm?! Also, das ist krass! Warte mal, wenn du das machst, krall ich! Das ist krass! Das ist krass! Das ist krass! Soll ich jetzt ausrasten? Digga, ihr nervt so heftig! Würfel! Würfel einfach! Bist du dumm?! Ich mach das nicht! 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 Bitte! Bitte! Du kleiner Schwanz! Du kleiner Schwanz! Du bist ein richtiger Hund! Ich bleib ich all diesenfalls! Du bist ein richtiger Hund! Du kleiner bist ein richtiger Hund! Du kleiner bist ein richtiger Hund! Du kannst dich verkaufen für Pumme-Party! Du hast dich verkauft für Pumme-Party! Du hast dich verkauft für Pumme-Party! Wallabilla, ich mach nicht Teleport. Ja, weil du mir vorher gesagt hast, ich soll's auf Eli machen und da hab ich gesagt Wallabilla. Du hast Wallabilla gesagt, ich teleport mit mir. Mit mir. Und du hast Teleport mit mir gemacht, obwohl du Wallabilla gesagt hast. Nein, Mann, du Scheißbrenn. Du a*****n. Ich bin Abi und Traum. Eli, weil du scheiße bist. Dein Trash Talk am Anfang. Und ich dachte, Roat, das ist mein Mate gewesen. Das ist der Beste. Du hast deine Mutter für einen Bummi-Party. Wir haben hier 100.000 Zuschauer zusammen. 100.000 Leute haben gesehen, wie du deine Mutter verkauft hast, Junge. 100.000 Leute, nicht für ein Bummi-Party-Spiel. Das war das ehemloseste, was ich in der ganzen Streaming-Karriere jemals mitbekommen hab. Ich bin heißer wegen dir. Das widerspiegelt auch seinen Charakter. Wenn ein Freund einen anderen Freund mitklaut, dann geht's auf. Ihr habt das doch gesehen. Ja, wir haben das gesehen. Was soll ich denn machen? Weil ihr mich zu schreit. Ich dachte, das war geregelt mit dem Ding. Das ist ja leise. Im Übrigen Micky, heute ist wieder der Igel gekommen. Nein, der Igel. Echt wirklich, Digga? Das ist ja krass. Ja, das ist übrig. Doch, der ist wichtig. Ach, meine Cam, Bruder. Jetzt ist meine Tastatur auch weg. Digga, meine Tastatur und meine Cam geht nicht. Geht meine Tastatur? Oder ich weiß zu viel, Chat. Digga, ich raste hier gleich aus, ich schwöre. Meine ganze Technik funktioniert nicht mehr. Digga, ich kann nicht mehr hier draufdrücken. Dann geht's nicht. Warum geht es nicht? F5, nein, meine Tastatur geht ja gar nicht. Meine Tastatur geht. Jetzt? Geht das? Wir sind back. Wir sind back in Big. Nein. Meine Tastatur ist wieder aus. Bei Technikfragen. Technikfragen. Ach, Digga, ich spieg drei nur hinten. Ich mach Only Gameplay, sorry. Er spielt Only Gameplay. Könnte mein ganzer Stream heute nur so aussehen ohne Facecam. Ihr seid scheiße. Ihr habt ein scheiß Dreckspiel installiert. Es ist kacke. Wie kann man denn immer so dummen Patches machen? Was ist das? Warte mal, warte mal. Hey. Wie das? Wie das denn mal abbricht. Ich stehe 21-1, ja, Digga. Der Vater steht auch 21-1. Ist schon komisch, euch wieder Fifa-Spiel zu sehen. Nein. Eli, weiter, weiter. Hat er gut gespielt, hat er gut gespielt, hat er gut gespielt. Hat er gut gespielt, aber trotzdem, Digga. Warum muss ich jetzt gegen so einen spielen? Mein R9, er schwitzt beim Laufen. 2-2. Mann, Digga, ich war noch da bei Ruth Rollet. 2-2. 2-2. 3-2. 3-2. 3-2. Boah, bei mir ist es gar nicht. Mann, das ist scheiße von hier. Ich boah. Noch ein Loch. Mann. Love me, love me. Und Thor, weil ich mich nicht brechen lasse. Ich bin stärker als dieses Unternehmen. Ich kann, ich will, ich werde. Oh, Gott sei Dank ist das Blocksystem hier drin. Ich kann doch nicht, Willi. Wieso hat denn der Tisch da ein Loch? Das war schon vorher so. Ja? Sicher? Ja. Kommt mir nicht bekannt vor. Jetzt mal ehrlich, seit wann ist das Loch da? Schon etwas länger. Erzähl mal jetzt ehrlich. 2-3 Monate? Ehrlich jetzt? 2 glaube ich. Oder jetzt eben. Du lügst, das ist von heute. Als ob ich wegen dem Spiel ausraste. Der sieht doch so stabil aus, wie kriegst du das hin? Oh Gott. Guck mir mal in die Augen. Es ist heute passiert. Hm? Es ist heute passiert. Mann, das ist Scheiße von ihr. Ich boh! Ey, das ist doch blöd. Ich war das nicht, okay? Freunde, da ist dieses... Das hab ich wieder noch nicht gesehen. Das hab ich wieder noch nicht gesehen. Drei Autos nebeneinander. Bloß Panzer! Ja. Was? Nein. Mann! Du a*****g! Warum schlägt man denn mich? Ich verstehe das nicht. Oder weil mir dein Gesicht nicht gefällt. Ich hab wenigstens nicht 500 Millionen Falten in der Fresse. Baby, you light up lower like nobody else. Danny muss weg. Schlag doch mal Danny! Hallo! Schocki doch! Micky, du schlägst uns da, du scheißknecht! Micky, das ist deine Schuld! Nein, das ist deine Schuld! Du hast uns da geschockt! Aber die 90 davor ist egal, oder was? Aber die 90 davor ist egal, oder was? Kann ich ganz bei dir, klar? Und er kriegt die Kiss! Es kann das alles entspannen. Es kann nicht wahr sein! Irgendwas zum Kaputtmachen! Es kann nicht sein, dass ich für jedes Mal verliere so eine Spiele! Wie kann das... Nein, es ist Mai! Es ist Mai! Es ist Mai! Es ist Mai! Aber es ist trotzdem so scheiße! Warum wird bei mir jeder Scheiß abgeblockt? Abgeblockt! 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 Meine Tastatur geht nicht, Chat. Ich kann grad nichts einstellen. Meine Tastatur geht nicht. Meine Bilanz ist kaputt. Meine Tastatur ist mal wieder weg! So sehe ich aus, wenn ich acht Weekend-League-Spiele gespielt habe. Ich sehe aus, als hätte ich die vierte Dimension gesehen. 5 zu 16! 5 zu 16! Tschüss! Tschüss! 5 zu 16! Tschüss! Es ist ja wichtig, dass ich Spaß habe! Es ist wichtig, dass ich Spaß habe! An diesem Spiel und das habe ich gehabt! Mein Handy ist aus! Ich wollte eine Story machen und jetzt ist mein Handy sogar aus! Tiefsinniger Tweet ist draußen in 3, 2, 1... Ist draußen! Es werden so viele rausgehen! Ah! Ah! Ich hab Schmerzen! Es sind H***ensöhne in der Lobby! Es sind H***ensöhne in der Lobby! H***ensöhne in der Lobby! H***ensöhne! Die Banane! Ja, weil es ein H***ensöhne ist! Mann, Digga! Dieser H***enspiel-Sniper! Aber es ist auch schwer, die erste Umgebung! Sid, bitte halt die Fresse! Ich schwöre! Ich mach deine Taktik! Das ist deine Taktik! Ja! Das ist sie! Ich bin dabei runter! Du hast die 30! Du hast die 30! Guck dir die Taktik an! Guck dir doch deine Taktik an! Anu! Wo mache ich die Scheiße? Wo mache ich die Scheiße? Das ist so schön! H***ensöhne! 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 Sein Vater geht anschaffen! Hochbrustmeld, Digga! An Tankstellen, Digga! Damit er sich PSN-Karten kaufen kann! Oh mein Gott, ich geh ins Kauf! H***ensöhne! H***ensöhne! W***ensöhne! H***ensöhne! 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 Moment, dein Vater ist ein H***ensöhne! Genauso, der hier! Einfach aus Prinzip, Digga! Eine zwei hässlichen Väter. Ein Hupen-Sohn hat dieses Gamer schaffen, weil seine Mutter eine Hupen war, aber sie hat eine Hupen, weil seine Mutter auch noch eine Hupen war. Alles Hupen, alles Hupen. Der Typ hier, der Typ hier, der. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Eli ist beim Schädel Basisbruch, ich sag's nicht so, wie es ist. Aber Mas, du verdammte Notensau bist nicht entschuldigt. Dein PC geht jeden Abend um ein Uhr aus mit über 9000 Subs seit acht Jahren Aktivität. Ich lebe am Existenzminimum. Wirf ihn rein, wirf ihn ins Feuer, Danny. Vernichte ihn. Ich verstehe es noch nicht. Ich geh vor. Ich kann nicht mehr. Ich rufe jetzt Musi und Eldos an. Ja, rufe Eldos an, Bro. Eldos, Musi, bitte reinkommen. Ich gebe dir den Nackenstoss mit dem Jungen. Eldos, Musi, geht rein. Kannst du dich retten? Eldos, Eldos, dritt um. Nein, Eldos, die Ulti. Ja, du sitzen da raus. Gut Greetings. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.